Herzlich willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir den historischen Roman Der Flacon von Hans Peszynski vor. Er erschien im Jahr 2023 im CH Beck Verlag. An der Armee war jahrelang gespart worden. Der verantwortliche Minister wollte den mächtigen Nachbarn durch Aufrüstung weder verprellen noch herausfordern. Zudem setzte er auf Bündnisse mit mächtigen Freunden und hoffte, dass diese das Land im Ernstfall ja schon schützen würden. Schließlich aber wurde aus dem Nachbarn tatsächlich ein Feind das Land überraschend überfiel. Denn dieser wehnte sich seinerseits durch die Bündnisse bedroht. Dieses Szenario klingt erschreckend, beklemmend und gegenwärtig aktuell, ist es aber im vorliegenden Fall gar nicht. Denn die Geschichte, die Hans Peszynski in seinem Roman Der Flacon erzählt, spielt im Jahre 1756. Bei dem Land, von dem die Rede war, handelte es sich um das Kurfürstentum Sachsen. Die Bündnispartner waren Frankreich, Österreich, Russland und Schweden. Der Angreifer war Friedrich II., König in Preußen, auf Friedrich der Große genannt. Dieser hatte sich im Ersten Schlesischen Krieg des österreichischen Schlesiens gewaltsam bemächtigt, ist im Zweiten Schlesischen Krieg erfolgreich verteidigt und sah sich nun, 1756, durch das gegnerische Bündnis bedroht. Daher überschritt er mit seiner Armee bei Jüterborg die sächsische Grenze und brach den Siebenjährigen Krieg in Europa vom Zaun. Peszynski erzählt das Geschehen folgendermaßen. Vor sechs Wochen, am 29. August, war der Feind ins Land einmarschiert. Ohne Vorwarnung, ohne Kriegserklärung, was beispielsweise in der Neuen Zeit war. Ein staatlicher Überfall. Und abermals ein Krieg Deutscher gegen Deutsche. Ein Bürgerkrieg. 70.000 Preußen, Landeskinder und Söldner waren in drei Kolonnen in Sachsen eingedrungen. Wir hätten nicht einmal halb so viele sächsische Soldaten ihnen an mehreren Fronten Widerstand leisten sollen. Friedrich besetzte das reiche Sachsen, das für seine Kriegsführung strategisch sowie wirtschaftlich enorm wichtig war und presste es regelrecht aus. Die sächsische Armee hatte sich in Richtung Festung Königstein zurückgezogen. Nach ihrer Kapitulation wurden die sächsischen Soldaten unter Zwang in die preußische Armee eingegliedert, nicht wenige desertierten daraufhin. Der verantwortliche, also leitende Minister hieß Heinrich Reichskraft Brühl, von Friedrich gehasst und in seinen Schriften nachträglich geschmäht. Mitsamt seinen Kurfürsten in das von diesem ebenfalls beherrschten Königreich Polen. Im Lande blieben und der preußischen Besatzung ausgeliefert war die zurückgebliebene Zivilbevölkerung und hier insbesondere die Frauen. Eine Prominente unter ihnen war Brühls Gemahlin Franziska Reichskräfin Brühl. Diese Titelheldin des Buches wird als äußerst willenstarke Frau geschildert. Sie will zum einen den umfangreichen Familienbesitz in Dresden schützen. Zugleich aber überlegt sie in einem Prozess des inneren Wandels, was sie als Einzelne, noch dazu als Frau im 18. Jahrhundert, gegen die Besatzung und gegen den Krieg unternehmen kann. Sie hält den preußischen König für den Aggressor und die Wurzel allen Übels. Wäre er weg oder aber nicht mehr am Leben, so würde alles gut. Als sie hört, dass Friedrich sich mit deutschen Literatur und Geistesgrößen in Leipzig treffen will, wittert sie ihre Chance. Sie begibt sich bei allen Problemen des im Buch detailreich geschilderten Verkehrswesens im 18. Jahrhundert in Begleitung auf die Reise von der sächsischen Hauptstadt Dresden in die Messe und Verlagsstadt Leipzig. Sie führt ihren Flakon mit sich. Dieser aber ist nicht mit Parfüm gefüllt, sondern mit einem schnell todbringenden Gift, das sie dem König in Preußen einflößen will. Ob sie die Tat letztlich selbst ausführt, bleibt offen. Möglicherweise hat es tatsächlich ein erfolgloses Giftattentat auf Friedrich gegeben. Es ist historisch allerdings lediglich aus einer Quelle belegt und es ist völlig unklar, wer es tatsächlich in Auftrag gegeben oder aber ausgeführt hat. Es wurde in den populären Friedrich-Büchern des 19. Jahrhunderts in Text und in Stichen sowie in Veit Haarlands durch alte Film Der große König mit Otto Gebühr in der Titelrolle aus dem Jahr 1942 dargestellt. Neben der spannenden Handlung ruht die Stärke dieses historischen Romans auf zwei Säulen. Zum einen spielt sie in einem Land, das bei der großen, viel zu lange preußisch dominierten Geschichts- und vor allem Dingen auch Militärgeschichtsschreibung eher unter ferner Liefen rangiert. Nämlich dem im 18. Jahrhundert kulturell und wirtschaftlich reichen Sachsen. Dieses wird ähnlich wie in der DDR-Fernsehserie Sachsens Glanz und Preußens Gloria dem militärisch erfolgreichen, aber eher armen Preußen gegenübergestellt. Pleschinski formuliert daraus die Frage, wohin die Reise in Deutschland wohl gehen wird, wenn das starke, militärisch geprägte Preußen die Oberhand gewinnt und das Heilige Römische Reich deutscher Nation bzw. Deutschland anstatt Österreich dominiert. Zum anderen entrollt er ein breit gefächertes Sittengemälde der Verhältnisse im Sachsen des 18. Jahrhunderts. Das betrifft die hohen und die niederen Stände gleichermaßen. Es wird Alltagsgeschichte erzählt. Das beginnt bei der Kleidung, setzt sich mit der Nahrung fort und endet noch lange nicht mit den Reise- und Verkehrsmitteln, die natürlich auch die militärische Logistik betrafen. Dazu gehörte das Problem, an Poststationen die Pferde zu wechseln bzw. ein Nachtquartier und somit Ruhe für Menschen und Tier zu finden. Denn da es keine Light-Pollution gab, waren die nächtlichen Straßen, die in grauenvollem Zustand waren, tatsächlich stockdunkel und eine Weiterfahrt nicht nur wegen Räubern lebensgefährlich. Fackelläufer waren die einzige Möglichkeit der Beleuchtung gewesen. Kutschen, deren Federung stark zu wünschen übrig ließ, konnten vom Weg abkommen oder aber ein hölzernes Rad brechen bzw. sich lösen, was zu schweren Verletzungen bei den Insassen führte. Leschinski führt aus, dass Kopfverletzungen in Kutschen vermutlich die häufigste Todesursache bei Reisenden in dieser Zeit waren. Wie langsam Kutschen tatsächlich vorankam, wird an einem nebenher zu Fuß gehenden Wandergesellen dargestellt, der immer wieder das Gefährt einholt bzw. von diesem überholt wird. Letztlich ist er mindestens genauso schnell. Dass der Krieg im 18. Jahrhundert nicht nur aus Schlachten bestand, sondern dass das Ausmanövrieren und vor allem die Logistik und insbesondere die Belagerung mindestens genauso wichtig waren, das macht bereits das erste Kapitel eindrucksvoll deutlich. Es spielt auf der eingeschlossenen sächsischen Festung Königstein. Hier wird unter anderem deutlich, wie unterschiedlich die Anforderungen der Feldarmee an die Soldaten, die auch hier aus vielen Ländern kamen, im Vergleich zu Garnisionen oder Festungstruppen waren. Bei letzteren taten auch Invalide oder Halbinvalide ihren Dienst. Vor der Festung spielen sich Gefechte ab, wobei die katastrophalen hygienischen Verhältnisse im Biwak, aber auch im Lazarett ausreichend zur Sprache kommen. Dass der Krieg auch im 18. Jahrhundert eben nicht nur eine Sache der Soldaten ist, sondern die Zivilbevölkerung in einem besetzten Land mindestens genauso hart traf, wird zum einen an den Schilderungen der Flüchtlingsströme zum, anderen an der Darstellung des Besatzungsregimes deutlich. Binnen sechs Wochen hatten die Truppen König Friedrichs II. das Land überrannt. Der gekrönte Eindringling ließ sofort die öffentlichen Kassen Sachsens beschlagnahmen. Er presste Städten Zwangsgelder ab, bevor er deren Ratsherren nach Hause schickte. In Leipzig war die preußische Soldadeska sogar während des Gottesdienstes in die Nikolaikirche eingedrungen und hatte die Kollekte geraubt. Und ebenfalls in Leipzig war als Zeichen der preußischen Ordnung ein Galgen aufgerichtet worden. Pleiße Athen, die erste Messestadt Europas, nun ein Ödnis. Von bewussten Münzverschlechterung ist an anderen Orten die Rede, ebenso die Rede wie von den verzweifelten Versuchen über die Meißner Porzellanmanufaktur, Geld in die Klammkassen zu spülen. Der Verkauf konnte die Kriegskasse füllen, wie wenn man mutmaßte, dass Militär mehr als zwei Drittteile der Staatseinkünfte verschlangen und wo einer von 30 Untertanen Soldaten war, in Preußen, dort brauchte man jeden Groschen und gierte nach Geldquellen. Hinzu kamen die Kriegsschäden an den Gebäuden und dass zur Zerstörung des Belvedere sowie einer Dresdner Kirche keine Bomber des 20. Jahrhunderts nötig sind, sondern die Vorderladerkanonen und Mörser des 18. Jahrhunderts ebenfalls ausreichen, zeigt das hintere Vorsatzblatt des Buches erschreckend eindrucksvoll. Das 18. Jahrhundert war auch davon gekennzeichnet, dass nun verstärkt deutsch schreibende Autoren und in begrenzten Maß auch Autorinnen auf den Buchmarkt aber auch auf die Bühne drängten. Sie wollten das Theater in Deutschland von dem Image des Jahrmarktes, des Tingeltangels und der Hans-Wurst-Jaden befreien. Es sollte gewissermaßen auf eine höhere Stufe gehoben werden, von der später Schiller sprach, als er das Theater als moralische Anstalt bezeichnete. Dazu aber waren Sprach- und Theaterregeln mehr als notwendig. Folgerichtig geben sich die damaligen deutschen Literaturgrößen in dem Buch gewissermaßen die Klinke in die Hand. Gottchett, Gellert, Lessing Griffius wird ebenso erwähnt wie der Liederdichter Paul Gerhardt. Die Namen der literarischen und realen Figuren gehen damit Hand in Hand und kompletieren das Bild der geistig-kulturellen Situation im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Präker von Tellheim, von Barnhelm, von Kleist, von Marwitz. Ein Johann Sebastian Bach fehlt ebenso wenig wie der Gründer der Herrn-Uter-Gemeinde Graf Zitzendorf. Dem gegenüber steht der literarisch sehr interessierte und auch schreibpraktizierende König in Preußen, Friedrich II. Im Gegensatz zu dem Versuch späterer Jahrhunderte aus ihm einen deutschen König oder gar einen Vater der deutschen Einheit zu machen, aber interessierte ihn ausschließlich französische Literatur, die deutsche nahm er nur sehr eingeschränkt wahr. Er selbst schrieb und veröffentlichte bevorzugt und fast ausschließlich auf Französisch. Leschinski nutzt diesen Gegensatz literarisch beeindruckend aus, indem er Friedrichs grundsätzliches Interesse an der deutschen Literatur beschreibt, der sich in Leipzig daher mit deutschen Literaten treffen will. Eines der eindrucksvollsten Kapitel spielt in Oschatz. Eine abendliche Wirtshausgesellschaft ereifert sich heftigst über die komplizierten und ach so schlechten Verhältnisse im damaligen Deutschland, über Kleinstaaterei, Föderalismus, das Gerichtswesen sowie vielerlei mehr. Sie stellt stattdessen die vermeintlich so viel besseren Verhältnisse in anderen Ländern, insbesondere im zentralistisch beherrschten Frankreich heraus. Dieser allgemeinen Märkelei und dem Schlechtreden tritt der Jurist Professor Johann Stephan Püttner aus Göttingen entgegen. Er entwickelt nicht nur eine Theorie, wie der Aggressor Friedrich II. juristisch gemaßregelt werden könnte, er hebt hervor, dass zwar in Deutschland die Untertanen auch geschröpft, aber eben nicht wie in Frankreich ausgeblündert werden. Er prophezeit dort Hunger, Revolten und Revolutionen, da alles von der Willkür des Königs und des Adels abhänge. Er fährt fort, Deutschland hat Untertan, ja aber keinen respektlosen Pöbel. Ein jeder kann bei uns sogar seinen Landesherren verklagen. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das weitaus größte Staatswesen in der Mitte Europas, ist hochmodern. Es basiert auf Kompromiss. Nicht immer freudig, aber aus Erfahrung und Vernunft suchen Mächtige und weniger Mächtige immer nach einem Ausgleich ihrer Interessen und es ist der einzige Staat der Welt, in dem unterschiedlich, ja konkurrierende Konfessionen und ihre Gläubigen koexistieren. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation überlebte die französische absolute Monarchie tatsächlich nur um 17 Jahre, 1806 ging es unter. Die von Pleschinski-Püttner hier geäußerte Zurückweisung nicht fundierter Kritik an den Verhältnissen und es schielen auf vermeintlich bessere Zustände anderswo unter Verkennung der wirklichen eigenen Stärken, aber lesen sich verblüffend aktuell und haben nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt. Hans Pleschinski hat sich gemäß seiner Danksagung von einem Historiker, von einer Fachfrau für Mode und Kleidung sowie einem Spezialisten für das Verkehrswesen beraten lassen. Dass sich bei einem 360-Seiten-Roman immer mal Fehler einschleichen können, ist nicht ungewöhnlich. Allerdings wurde Friedrichs Jugendfreund Hans Hermann von Katte zwar zum Tode verurteilt und hingerichtet, allerdings mit dem Schwert. Er wurde nicht erschossen, wie im Buch geäußert. Dass preußische Husaren einen Kyras, also einen Brustpanzer, trugen, wäre sehr ungewöhnlich. Gleiches galt für die Zündhütchen, die ein preußischer Offizier auf die Pfanne seiner Pistole legte. Das deutet auf Perkussionswaffen hin und die kamen erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Dies schmiert letztlich auch nicht das großartige Gesamtwerk. Gewiss könnte die geneigte Leserschaft die einzelnen historischen Facetten dieses Buches auch aus den Standardwerken der Literatur, Verkehrs-, Militär-, Alltags- oder der politischen Geschichte entnehmen, aber bestimmt nicht in so großer Dichte und in so schöner Sprache einer Gesamthandlung wie in einem Roman. Das war Angelesen, das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute zum historischen Roman Der Flacon von Hans Bleschinski. Er erschien im Jahr 2023 im CH Beck Verlag. Text Harald Fritz Potemper, gelesen von Leo Döring. Keine Verstolung, gelesen von Leo Döring, gelesen im